Ja, hallo alle zusammen. Wie ihr wisst, hat der TVE nicht nur zwei wunderbare Turnhallen, in denen Sport gemacht werden kann, sondern auch den Garten, der sich hinter mir hier hinter der Tür findet. Da wird vor allem im Sommer Gymnastik gemacht, aber er diente auch schon für die ein oder andere Feierlichkeit. Kommt mal mit, ich zeige euch noch. Bis zum nächsten Mal.